Ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir sind gerade dabei den Lord Sucher Lucius, der die Suche verraten hat und alle ins Verderben geführt hat, bis auf eben Cassandra, die uns sich glücklicherweise der Inquisition angeschlossen hat. Den werden wir jetzt finden, stellen und naja, platt machen. Lord Sucher Lucius. Cassandra, und der Mann an eurer Seite ist dann wohl der neue Inquisitor? Ihr müsst außerordentlich stolz auf euer Werk sein. Ich nehme an, ihr wisst, dass wir Sucher der Wahrheit die ursprüngliche Inquisition waren. Oh ja, genau wie ihr heute haben wir einst darum gekämpft, in einer Zeit des Wahnsinns die Ordnung wiederherzustellen. Und das hat uns stolz gemacht. Wir wollten die Welt neu gestalten, sie besser machen. Doch was haben wir stattdessen erschaffen? Die Kirche. Die Zirkel der Magie. Einen Krieg, der niemals enden wird. Und ihr denkt, Korrefeus zu helfen würde irgendetwas verbessern? Korrefeus ist ein Monster mit begrenzten Zielen. Eure Ziele hingegen sind so viel größer. Wir Sucher sind Abscheulichkeiten, Cassandra. Wir haben eine verrottende Welt erschaffen und trotz ihres Verfalls dafür gekämpft, sie zu bewahren. Wir mussten aufgehalten werden. Ihr glaubt mir nicht? Dann seht selbst. Die Geheimnisse unseres Ordens an mich weitergegeben, als der letzte Lordsucher getötet wurde. Der Krieg gegen die Magier hatte bereits begonnen. Aber noch war es für mich nicht zu spät, das Richtige zu tun. Und das hier war das Richtige? Lordsucher, was ihr getan habt. Ich weiß. Was Korrefeus mit den Templern gemacht hat, ist unerheblich. Ich habe die Zukunft gesehen. Ich habe einen neuen Orden anstelle des Alten erschaffen. Die Welt wird enden, damit wir von Neuem beginnen können. Rein und unverdorben. Schließt euch uns an, Cassandra. Es ist der Wille des Erbauers. Na dann. Nix mit anschließen, du Blödmann. So, ich werde erstmal hier deine Arzt ein bisschen platzen lassen. Bringt ja nix, wenn die hier von hinten mal eine Cassie angreifen. So und plopp. Fall mal um. Okay. Ach, da hinten noch ein Scharfschützer. So, Lelialas Bericht liegt am Karten durchbereiten. Das ist ja schön. Er war verrückt. Das ist die einzige Erklärung. Könnte ihn Korrefeus vielleicht beeinflusst haben? Hat er versucht, die Suche außer Gefecht zu setzen? Möglich. All diese sinnlosen Tode. Er kann unmöglich uns alle vernichtet haben. Das akzeptiere ich nicht. Lasst uns zur Himmelsfeste zurückkehren. Ich will wissen, was in diesem Buch der Geheimnisse steht. Wird gemacht. Vorher sammeln wir aber noch ein bisschen was. Blut der Braut. Okay, rotes Lechthaarmband. Dieser Drachentöter ohne. Mhm, mhm. Dämonentöter ohne. Voraussetzung Kriegerstufe 6. Naja. Okay, wir sind schon ein bisschen höher. Mal schauen, ob der überhaupt noch einsetzbar ist. Ansonsten verkaufen wir den. Festtricks Wolle. Dann hätten wir hier. Plündern. Nochmal Festtricks Wolle. Und bevor ich hier noch irgendwie zurückkehre, schaue ich mich noch ein bisschen um. Beziehungsweise ist das hier der Weg zurück. Offensichtlich. Dann gehe ich nochmal zurück hier. Ich will mich, wie gesagt, noch ein bisschen umschauen, bevor ich hier rausgehe. Okay, viel zum Umschauen ist hier nicht. Sehe ich gerade. Wir kamen hier hinten her. Das heißt, hier oben könnten wir nochmal gucken. Weil wir kamen ja nicht von oben. Wir kamen von unten. Und hier oben gibt es noch ein bisschen was. Ein paar Krümel. Eine alte Statue. Und ein paar Jagdbögen. Alles klar. So, okay. Dann wird es, denke ich, Zeit nach Hause zurückzukehren. Hier können wir nichts mehr tun. Die Sucher sind wohl leider großenteils alle, die da waren, hinüber. So. Quest 1, äh, erbissische Hochtrache hatten wir noch. Ja, 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 gut. Da muss ich ja eh noch hin. So, Himmelshüste. Äh. Zerstörung. Versprechen, rede mit Cassandra auf der Himmelshüste. Jo. Auweio, 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 auweio. Wird ihr sicher nicht gefallen, dass sie, naja. Eigentlich ihren Stand mehr oder weniger verloren hat. Im Prinzip kann man sagen, sie ist jetzt der neue Lordsucher. Weil Lucius, jo, existiert nicht mehr. Und dann soll sie auch noch die, äh, heiligste werden. Naja, hat große Aufgaben vor sich, die liebe Cassie. So, wir gehen mal hin und fragen mal, was sie meint. Wie es ihr geht und allgemein. Hey Cassie, alles klar bei dir? Jo. Hätte gedacht, dass das schneller losgeht. Dieses Buch wurde seit der alten Inquisition von Lordsucher an Lordsucher weitergegeben. Und jetzt ist es mir zugefallen. Geht es euch gut? Ihr seht erschöpft aus. Im Gegenteil. Es ist ein großes Vergnügen. Ich bin absolut fasziniert. Oh, das war ein Witz. Ich nehme an, ihr wisst, was das Ritual der Besänftigung ist. Es ist das letzte Mittel, das bei Magiern im Zirkel angewandt wird. Es macht sie unfähig zu zaubern, nimmt ihnen aber auch jegliche Träume und Gefühle. Es sollte nur bei jenen zur Anwendung kommen, die ihre Fähigkeiten nicht kontrollieren können. Nur leider war das nicht immer der Fall. Ihr verstümmelt die Magier. Ich habe es immer als ein notwendiges Übel erachtet. Was den Magieraufstand letztendlich ausgelöst hat, war die Entdeckung, dass das Ritual der Besänftigung rückgängig gemacht werden kann. Der damalige Lordsucher hat es vertuscht, auf unerbittliche Weise. Es gab Tote. Es war ein gefährliches Wissen und der Schock über diese Entdeckung in Verbindung mit dem, was in Kirkwall geschah. Offenbar wussten wir aber schon immer, wie man das Ritual rückgängig macht. Von Anfang an. Naja. Na, worum wurde es geheim gehalten, sollte ja klar sein. Dann hätte der Aufstand also verhindert werden können. Womöglich. Aber er hatte sich schon seit langem angebahnt, aus vielerlei Gründen. Wir haben das Ritual der Besänftigung erschaffen. Ich habe euch doch von meiner Wacht erzählt. Von den Monaten, in denen ich mich von jeglichen Gefühlen befreit habe. Ohne es zu wissen, wurde ich zu einer Besänftigten gemacht. Dann wurde durch die Wacht ein Geist des Glaubens beschworen, der meine Seele berührte. Das durchbrach die Besänftigung und bescherte mir meine Fähigkeiten. Die Sucher haben dieses Geheimnis mit niemandem geteilt. Weder mit mir, noch mit der Kirche. Noch nicht einmal mit... Und das ist nicht alles. Lucius hatte recht, was den Orden betrifft. Ich wollte die Sucher wieder aufbauen, wenn wir erst gesiegt haben. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie es überhaupt verdienen. Ähm, naja, was steht denn noch so in dem Buch? Ihr sagtet, das sei noch nicht alles, was in dem Buch steht. Es gibt einen Punkt, an dem sich Macht verselbstständigt. Man opfert seine Ideale zugunsten der Zweckmäßigkeit und redet sich ein, dass alles sei notwendig. Zum Wohle aller. Wird dasselbe auch uns geschehen, Inquisitor? Werden wir die Geschichte wiederholen? Naja, ich weiß es nicht. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, Cassandra. Aber wir kennen die Vergangenheit. Und jene, die nicht aus der Geschichte lernen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das stimmt allerdings. Ich glaube, ich habe euch noch nie zuvor derart erschüttert gesehen. Ich denke nicht, dass die Sucher dem Werk des Erbauers gedient haben. Nicht wirklich. Mag sein, dass wir es einst geglaubt haben. Die ursprüngliche Inquisition wurde in einer schrecklichen Zeit ins Leben gerufen. Heute jedoch? Wir haben Geheimnisse gehütet und sie faulen lassen. Wir haben gehandelt, um zu überleben und nicht, um zu dienen. Das ist nicht das Werk des Erbauers. Naja. Falls ihr die Sucher aber doch wieder aufbauen würdet, wie würdet ihr es machen? Ich kann nicht die Einzige sein, die übrig ist. Wir waren schon immer in alle Winde verstreut, also könnten noch einige andere dort draußen sein. Ich würde sie aufspüren, einen nach dem anderen. Und wir alle würden dieses Buch lesen. Es gäbe keine Geheimnisse mehr. Und dann würden wir gemeinsam neue Richtlinien aufstellen, sodass wir wirklich dem Werk des Erbauers dienen können. Okay. Dann macht die Sucher besser. Vergesst die Sucher. Es liegt bei euch. Was ist das Werk des Erbauers? Ich mach mal erst mal das hier. Wenn jemand sie wieder aufbauen und auf den richtigen Weg führen kann, dann ihr. Aber sind sie das auch wert? Durch euch wären sie es. Ich denke darüber nach. Auf jeden Fall. Ich danke euch. Allein hätte ich es niemals geschafft. Ich bitte dich. Ich helfe dir doch gern. Zerstörungsversprechen abgeschlossen. Codex Einschrag freigeschaltet. Das Ritual der Besänftigten. So, okay. Damit habe ich endlich mal hier oben wieder eine freie Leiste. Das heißt, es kommt ja auch nicht so oft vor. Ich gehe jetzt nochmal runter zu Cassie. Und gucke mal, ob wir nochmal mit ihr reden können. Wo geht es denn runter? Da. Macht plus drei. Macht ja nichts, wenn wir ein bisschen Macht sammeln. Warte mal, hier ist doch die Schmiede. War nicht hier hinter irgendwo noch ein Gang? Ja, da. Na gut, ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich mal gucken, wenn hier die Schmiede war. Wo ging es denn hier hin? Ich will mich nur mal kurz umgucken. Auch zu Cassie. Okay. Hat es ja gebracht. Okay. Okay. Ich hoffte, wir könnten ungestört reden. Tun wir das nicht gerade? Richtig. Natürlich tun wir das. Eure Tendelein. Mit mir. Ich habe sie bemerkt. Außer ich bilde mir das nur ein, was durchaus möglich ist. Es hatte nichts zu bedeuten. Macht jedliche Liebesbeziehung mit Cassandra unmöglich. Ihr bildet euch nichts ein. Oder soll ich aufhören? Na, ich sag mal, ihr bildet euch nichts ein. So. Umwerben ist so förmlich. Warum ist es unmöglich? Ich umerbe euch nicht. Eins von den beiden. Ich nehme mal das hier. Und warum genau ist es unmöglich? Das sollte doch offensichtlich sein. Nun, für mich ist es nicht offensichtlich. Ihr habt vor, mich angemessen zu umwerben? Ausgerechnet ihr? Ist es das, was ihr wollt? Nein. Na, was denn du? Frauen. Wie El Bandy schon gesagt hat. Doch. Genau das ist es, was ich will. Siehste. Ich will einen Mann, der mein Herz erobert, der mir Blumen bringt und mir bei Kerzenschein Gedichte vorliest. Ich will es perfekt. Ihr seid der Inquisitor und der Herold Andrastes. Ihr könnt nicht dieser Mann sein. Wer sagt das? Äh, du beginnst deine Liebesbeziehung. Deshalb seid ihr allein. Ihr habt recht. Ich würde es gerne versuchen. Na, ich würde es gerne versuchen. Ob ich es kann, weiß ich nicht. Wollt ihr mir nicht einmal die Chance geben, es zu versuchen? Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Wir sehen ständig dem Tod ins Auge, Inquisitor. Das ändert nichts an meinen Gefühlen. Es ändert alles. Ach, gar nicht. Besorgt in den Läden von Valora eine Kerke Kerzen, im Gärtner von Valora Blumen und redet mit dem Händler von Redcliffe über Gedichtsbände. Oh, da haben wir ein bisschen was zu tun, um die Cassie ordentlich zu umwerben. Naja, na gut. Das wird wohl eine unserer nächsten Aufgaben sein, die wir angehen. Vorher gehen wir mal noch ein bisschen durch die Gegend und schlupp sind bei Vivi gelandet. Naja. Hallo Kommandantin. Ich will eigentlich hier runter. Komm, ich kürze mal ab. So. Ein Glück kriege ich hier keinen Schaden. Hehehe. Hier hinein. Da hinein. Und hier hinein. So. Gehen wir wieder in den Ratsraum, weil da war wieder irgendwas fertig. Und danach gehen wir erstmal wieder ein bisschen kämpfen, würde ich mal sagen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, Leute. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, na gut, halt ein Dislike. Bis zum nächsten Mal dann. Bis dennne. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.